Hey Leute, willkommen! Das war nicht mal meine Anmoderation ab, 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 abgehoben. Freunde, im Hintergrund seht ihr gerade Call of Duty Infinite Warfare Beta. Ich dachte mir jetzt so, bevor die Beta sich verzieht und die Lebewohlsakt, werde ich die Beta zocken auf meinem Hauptkanal. Freunde, dieses Video handelt heute um, oh nice, das heutige Video handelt um meinen Content, beziehungsweise meine Formate, die ich jetzt in Zukunft bringen werde, vielleicht bringen werde, ich weiß ja nicht. Was da rauskommt, nice geholt. Ich habe einfach so viele Ideen im Kopf und ich weiß einfach nicht, wie ich die umsetzen soll. Dass ich einfach nicht weiß, soll ich das jetzt machen, soll ich das nächste Woche machen. Ich weiß halt einfach nicht, wann ich die machen soll. Ihr könnt mir jetzt einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr mal sehen wollt. Wollt ihr Raps über Minecraft? Wollt ihr Liebesrap? Wollt ihr Gangsterrap? Wollt ihr Disrap? Wollt ihr einfach mal wieder so ganz oldschool Minecraft Badwars, Minecraft Skywars und so halt natürlich geschnitten, ne? Es ist mein Hauptkanal, da werde ich natürlich mein Bestes geben. Auf meinem Zweitkanal seht ihr natürlich Minecraft normal, so halt, ne? Ganz standard! Oh, geholt. Ohne Schnitt. So, wie man es eigentlich gewohnt ist von der alten Zeit. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall mal auf meinen Zweitkanal vorbeischauen. In der Beschreibung verlinkt. Wie auch in der Infokarte. Den hole ich mir. Ich möchte nur dich. Wo bist du? Ist er da oder da lang? Wo bist du? Ich finde ihn nicht. Nein! Leute, ich wollte wirklich, ich wollte wirklich was von Dragon Ball Cineverse 2 aufnehmen von der Beta. Aber es ging einfach nicht. Immer wenn ich online spielen wollte Dragon Ball, ging es nicht. Irgendwie war bei mir immer der Server im Arsch. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte nicht spielen. Ich konnte einen Tag spielen. Einen einzigen Tag. Da habe ich dann alles gemacht. Mein Charakter und so. Ich glaube, das war circa so ein oder zwei Stunden. Da habe ich halt Cineverse 2 gezockt. Mann, bin ich gerade gut. Ich sollte weiterhin kommentieren und dabei spielen. Ich bin einfach der Pro. Okay. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben. Macht mal wieder ein Let's Play von irgendeinem Random Spiel. Und bearbeitet das schön. Ihr könnt alles reinschreiben, was ihr wollt. Und dann werde ich mir das Ganze mal angucken. Und dann nächstes Mal, halt besser gesagt nächste Woche, vielleicht einen von diesen Vorschlägen benutzen und ein Video davon machen. Und dann habe ich das so halt so geplant, dass ihr dann in der Abstimmkarte abstimmen könnt, welches Video ihr als nächstes sehen wollt von drei Kategorien. Eine Sache zum Beispiel von Songs. Hier zum Beispiel Liebesrap, Minecraft, Fat Wars, Let's Play, Random Game. Und dann könnt ihr halt da abstimmen, was ich machen soll. Und dann gibt es halt da noch so eine Kategorie, irgendetwas anderes. Dann entscheide ich irgendwas anderes. Ich finde, das ist eine sehr coole Kanaloptimierung. Ihr könnt dann halt so zu 50% meinen Kanal bestimmen. Ihr seid dann halt alle so eine Gemeinschaft. Dann wählt ihr das Video aus, was ihr sehen wollt. Natürlich wird das nicht jedes Woche so gehen, ne? Also ich werde natürlich auch vielleicht mal so Blackout-Zeiten haben, wo ich dann sage, oh ne, darauf habe ich jetzt übertrieben keinen Bock. Dann mache ich das natürlich erst später. Ihr könnt dann auf jeden Fall jetzt hier unter dem Video ein paar Kategorien reinschreiben. Bitte schreibt nicht rein, GTA 5. Das Spiel habe ich nicht, natürlich nur die Spiele, die ich habe. Ihr könnt auch gerne Challenges reinschreiben, natürlich dann auch das Spiel. Immer so viel reinschreiben, wie ihr könnt. Ihr könnt natürlich mehrere Kommentare machen, habe ich gar kein Problem mit. Ich bin damit raus, Freunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!